Hallo, ich möchte dich, ich möchte euch einladen zu unseren Klappstuhl-Gottesdiensten. Ab diesem Sonntag geht's los. Wir wollen hier vor unserem Gemeindehaus Gottesdienst feiern. Also pack deinen Klappstuhl ein und komm zu unserem Gottesdienst. 10.30 Uhr startet unser Gottesdienst und ab diesem Sonntag bei gutem Wetter, jeden Sonntag. Also sei dabei, wir freuen uns auf dich. Bis dann. Bis dann.